Also ja, der Hauptangriff kommt immer von hier oben, das heißt unsere Dwarfenguild wird nachher hier oben stehen. Das Ganze wird halt ein bisschen angenehmer, wenn es keine Goblin-Horden mehr sind, also die da. Jetzt kommt von hier ein Angriff. Ja, von oben sind es zum Glück nur Schützen, die da angerannt kommen. Das heißt, ich werde hier direkt neben die Schmiede mein Dwarfen-Settlement stellen. Und hier ein Ballisterton, danach hin. So, ich brauche jetzt erstmal nur die Schmiede auf Stufe 3. So, und ich sollte auf jeden Fall hier oben besser verteidigen. Das hoffe ich doch. In the name of the Sovereign! Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty! In the name of the Sovereign! Jetzt hoffen wir mal, dass das Geld für das Dwarfen-Settlement bald reinkommt. Da ist das Geld schon? Oh, da ist aber auch schon wieder ein Angriff. Wo will die denn hin? Ah, da muss ich Calltour abends machen, bevor die mir zu weit abdriftet. Vor allem, weil gerade bei dem Rumpen geht, die geschliffen wird. In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! Und ich nehme meine Häuser bei die Reparaturliste mit auf. So, sie wandert nur herum, das ist G. Verbessern wir mal unsere Verteidigung noch ein bisschen. So, eine Magier-Gilde, auch wenn wir noch keine Magier ausbilden werden. Ah, Buildings. Als nächstes dann eben meine Wizard-Gilde. Damit können wir auch ein bisschen hier um uns sorgen. Bereich herum. Bereich herum. werden песeng nicht so weiter nach若. Auf soarbe. Bereich auf aller Katge. Bereich herum. Ent ROM. Ja, das war gleich unser Innen, wenn wir aufpassen. Oder wenn wir Pech haben, besser gesagt. Du bist immer noch beim Handen? Lass mal die Trolle da hinten in Ruhe. So, jetzt haben wir genug für einen Magen. Die Magier-Gilde. Wenn auch immer ihr jetzt schon wieder handen wollt. Wahrscheinlich immer noch den Troll da hinten, hoffe ich mal. Und nichts anderes Böses. So, jetzt sehen wir ein bisschen was. The law of Doros is above all others. The unholy are near. Energies of light. In the name of the sovereign. Okay, spin. The unholy are near. Ach ja, jetzt, da wir die Magier-Gilde übrigens haben, wird es Zeit auch für eine Library. So, wie? You won't get my gold. Doros has spared you. But now. In the name of the sovereign. The unholy are near. Okay, spin-angriff wurde einigermaßen abgewehrt. Ohne viel zu viel Schaden zu nehmen. Ne, jetzt brauche ich erst mal einen Marktplatz. Und den hätte ich gerne hier unten. Ja, die Mission kann eine ganze Weile dauern. Aber hier ist ein schönes, auch gutes Gebiet. Our research in the library is complete. Praise Doros. More gold, your majesty. Your majesty. Our new building is complete. Maths collector. Energies of light. More gold, your majesty. Die Mags, das sollte ich mal auf Maximum bringen, fällt mir grad so auf. Okay, wieder spin. Soverein, your marketplace now serves you better. Soverein, a building has been upgraded. I serve with pleasure. My majesty. My mission. You'll get my gold. Ja, gegen spin-angriff ist das immer so eine Sache mit dem Schaden von der Dwarfen-Gilde. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Ich habe vier Paladine, ich habe vier Schurken. Keine Sau interessiert der Typ da. Das hat mich jetzt einen Haufen Gold gekostet. Oder kommt schon der nächste? Die Unholy are near. Und Rattenmensch. Und natürlich sind sie feige Säulen, meine Paladine. I'm out of here. The Unholy are near. I dean your mandate just. The Unholy are near. I'm out of here. Energies of Light. Aber ich will erstmal mehr Geld rein. In the name of the sovereign. So, Marktplatz. Bauen wir hier wieder auf und bauen daneben ein Guardhouse diesmal. Und ich brauche hier übrigens mal einen Magic Bazaar. Den baue ich auch da unten hin. Schön hier oben geblieben. Mal hier kommen die nächsten Spinnen. Ja, Magic Bazaar. Passt eigentlich auch da drüben gut hin. Your Majesty, our new building is complete. Gegen drei, vier Spinnen kann sich das Settlement zum Glück selber verteidigen, aber wenn sie zufrieden werden, dann wird es auch wieder unschön. Your Highness, we've improved the Guardhouse. Your Highness, our research in the library is complete. Sovran, your marketplace now serves you better. Energies of Light. Sehr gut. Your Majesty, our new building is complete. Sovran, your marketplace now serves you better. Your Majesty. Energies of Light. Thousand Dien tow Lin OK. Tovran. Die, jetzt noch was Cafe. Tovran. LAURA, mo mélm